UNTERTITELUNG «Critica para Ezroffler era a minha tata. Se a veta, a si a galardia, a Nadine fascinou-me. Con 24 anos, passenta ela e non a São Paulo. Seu um, ela é o Ingenier. Ela imprena para o exame final da teologia. Iliatun, Melinovci entrenta, tourne ela anavoz en Europa. Greti specia inafon, adagrons plans. Du kleines Wesen unter meinem Herzen. Ich sehne mich nach dir. Aber ich fürchte mich auch. Gell, du plagst mich nicht zu sehr. Du musst mit mir tapfer und brav sein. Du musst mit mir tapfer und brav sein. Kurzwinter L'Arrivade will es präsentat als Professors bis Davos-Examens. Die Frau mit ihrem hohen, heeren Mutterberuf macht just während der Schwangerschaft Schlussexamen. Welche Schändung der göttlichen Schöpfungsordnung. Sie ist immer das Lieblingskind von ihm. Er hatte einfach das Ideal, dass sie vielleicht als Frau auch Pfarrerin wird, Theologin wird. Ich frage mich. Ich frage mich. Und irgendwie, die Eltern, sie stünde, die Greti zuerst, die in der ersten Diversität. Die Diplomöse erhält sie an. Aber sie hatte die Chance, wenn sie in der Plattform die Plevonnese zurückgezogen. Sie sind nicht so, die Plevonnese beendet. Sie sind in der Tat, die in 1930, nicht imaginabend waren. Sehr geehrter Herr Dekan! Es möchte den Theologinnen wenigstens gestattet werden, aushilfsweise im Dienste unserer Landeskirche tätig zu sein. Der Kirchenrat glaubt darum, dass irgendwelche Sonderaktionen im jetzigen Moment die Behandlung der Angelegenheit nur ungünstig beeinflussen würden. Ich habe es zuvor vielleicht geahnt, aber noch nie mit so grausamer Deutlichkeit gewusst, erfahren müssen, dass es eine Schande ist, ein Weib zu sein. Ich habe es zuvor, dass es die Behandlung der Fluss ist. Es ist ein Weib zuvor, dass es in diesem Moment Die Fluss ist ein Leuch der Siem der Grete. Die Fluss ist ein Weib zuvor, der sie alle ihre Vakanzer in der Fluss. Die Fluss ist in der Fluss ohne Elektronik und ohne die Collegation zu der Wälder. Die Behandlung der Fluss ist komplizierta. Es ist nicht nur eine Wette so einfach. Im Archiv de la PLEIW handelt auch die kodische Protokolle. Am 13. September 1913 geht es in den Purs der Furna, in den Mai Süddeutsch. Es lebt Gretika Pretz-Roffler unanimal Menschen mit Plevonesse, eine historische Geschichte. Ich habe es plötzlich gewusst, dass ich das versuchen müsse. Und doch hoffte ich heimlich, weder der Gemeindevorstand noch die Gemeinde selber werden so etwas Gewagtes unternehmen. Denn ich fürchtete mich noch immer und nicht minder vor dem Amt. Tutti il Sils e indrezai sin griti. Chella fa buona lavour, dove in il pièvel forse agi idzie alla donna sinch cancalla. Sie sind ja auch sehr darunter gelitten immer wieder. Es kam sich zu wenig stark vor. Aber Gott hat sie dahin gestellt und sie hat das als Gottesweg angenommen. Und die Leute sind total hinter ihr gestanden. Wenn sie so diese Sprüche gehört, ja, also wir sind schon noch genug beim Himmel, da lenkt es auch, wenn uns ein Femininum noch den Weg zeigt. Oder wenn ungeheer, ungepfarrer, der einzige Fehler, den er hat, dass er ein Rock hatte, dann behalten wir ihn noch. Uns kann auch so einer noch den Weg zeigen zum Himmel oder zu Gott. Die Plevonessa va a vivere a Furna, elle a casa per Wenda, con seu nevna Schiu und in Fumicchasa. Seu oom sa buu veni a Furna, elle a ina plazza a Turic. Eine Emission der Radio der Mellinov 1923, kurz vor dem Sie am Ort, seragorda Greti, der seu imprim Temps a Furna. Die grösste Freude, die ich hatte in der Gemeinde, war die Gemeinde selber, die Haltung dieser Gemeinde. Der Kirchenrat war sprachlos, denn es kam noch nie vor. Es hat in allem Gesetze immer nur geheißen der Pfarrer und nie die Pfarrerin. Dues Mains, wenter l'Elektion, deklare il Cussel Ecclesiastic, die Wahl von Frau C. R. ist im Widerspruch mit dem Kirchengesetz erfolgt und darum ungültig. Quelles da Furna se lein buchstermentade tals pleiz. La Finale en quels jucuera, lunge na venn. La sera, en stiva della casa per venda, piar de Greti minceton la courage. Ich habe mehr auf mich genommen, als ich tragen kann. Ich weiss nicht, wo das noch hin soll. Ich weiss nicht, ich weiss nicht, wo das noch hin soll. wenn ich intelligenter und besser wäre. Greti stosse comprovar, er muss sagen, in einer donna sa facque. Sperrion, es sei eine donna maridada, eine momma, und tutkwe, wie man wünscht schon uns. In der Predigt sass wieder dieser grosse Mann mit dem scharf geschnittenen Gesicht und den grauen Haaren, der mir so sehr gut gefallen. Ich erfuhr dann, dass er nun das dritte Mal nacheinander da gesessen hatte, dass er von weit oben von Schjera komme und bei Brunner nie zur Kirche gegangen sei. Jetzt aber erfalle es ihm so sehr. Das ist die Frage aufgetaucht unter den Eheleuten, ob das auch wirklich Gültigkeit hat. Ja, wenn das Greti das Amt ausübe, und dann hat Greti gesagt, ja, das hat Gültigkeit. Da darfst also beruhig sein. Greti dat e Scola della Domenia, a religiun. Ilsefons veni bu genterella, grazia a seu carisma. Da casa en tockenen Scola stand in Ilsefons fa per part plierskilometres, a quai, det tut aure. Wir haben dann halt die Röcke gefroren, unterhalb voller Schnee, und dann kamen mit den verschnittenen Strümpfen und so in die Schule. Dann sind sie aufgetaucht und dann sind sie nass geworden. Im Schulhaus konnte man ja nur einen aufgetaucht. Da hatte man dann nicht viel Platz zum Aufheichen, um das zu trüchten. Aber das hat dann Greti mit den Frauen einen Kurs gemacht und Skihosen gemacht. Da haben sich natürlich viele auch gewundert, dass Mädchen Hosen tragen sollen. Das war natürlich ein grosser Fortschritt. La Plevonesa tscheche Eda Themas Haeclis. Er declara a las Mummes, co influenza la Schlatteina di La Fon. Theorias Populares der letzten Sures. Greti konnte einfach über alles über alles reden, auch über sexuelle Sachen und so. Ein weiss ich nur, dass Mami mir dann anerzählt hat. Greti sagte, man könne das steuern, ob man einen Jungen oder ein Mädchen bekommen will. Das ist dann die ... Das ging dann Mami fast zu weit. Dann musste er den Mann mit, ich weiss nicht, im linken Hodesack und im rechten die Mädchen. Das hat Mami mir komischerweise gleich weitererzählt. Aber es hat sich gewundert, dass Greti über solche Sachen redet. Das war also schon sehr intim. Das war also sehr intim. Juehle Valle tat die Sventerle Lektion Tumults. Die Gäste in Pläne mit Kommentariskritik war die Plevonesse impertinente. Es ist ein Skandal, dass Greti ohne die Lobbyen von der Ecclesiastik eine Viva separata von seinem Ohr. Die Plevonesse kümmern sie und präten sie in eine neue Rolle von der E. Billum. Ich würde es für unsere Zeit für viel dringlicher halten, den Ruf zu erheben, den Mann und Vater mehr zurück in die Familie, mehr Zeit für Frau und Kind, mehr Zeit auch Mensch zu sein. Die Kirchenrat beantragt für den Fall, dass die Kirchgemeinde Furna und Frau Caprez auf der ungesetzlichen Wahl beharren, die Sperrung des Pfrontvermögens und dessen Erträgnisse. Durch dick und dünn sind Sie zu erheben. Der damalige Kirchenkassier hat dann einfach ein Jahresgehalt von Greti einfach ... Er schickte ihm schon Mädchen mit einem Rucksäckli und hat die Rappen in das Rucksäckli und das ist dann zur Pfarrer und hat das Geld. Aber ich meine, da war ja ein Hungerlohn, das sie dort verdient hat. Ich weiss nicht wie viel, 100 Fr. im ganzen Jahr. Also ein Herr hat einfach einen Ruck gehabt. So hat er es gesagt. Er hat sich in der Zeit verwendet, dass er die Pfarrer und die Pfarrer verwendet hat. leuere Greti gratuito mit ihm. Tres Ons Bargen. Greti pittesche adine depliode, stuhe viver lunsjna venda se o um. Luh in evelte nun spitsiada. Gian decide debandonar si e klamar da scho Ingenier ad enceiver a studijar Theologia, scho si e donna. Greti vater ella turic. Elle spera de plitar se ve l'ouvra en zemmen con Gian. El frattemp remplaça elle plevons de la Regiune durant l'ur vacances. Atoric ascendones già l'ouvrage covicarias. Quere, 1995 Rontine. Die gianne soentra il scandale a Forna e il temps medias. Il cusse l'ecclesiastique porge a Greti a si ome in un plàtza. Wer hätte so etwas voraussagen dürfen, als wir noch in Forna waren? Nun haben uns diese selben Behörden nach Chur geholt. Il stusplevons capretz roffler doit in surprender la pastoration als Spitals, la psychiatria et les persons cantonales. Gian è responsabels pilsomens, Greti per les donnes. Ich wandre das schnurgerade, lange Strasslein zur Korrektion hinüber. Korrektion, qua è l'io genuog ins termetteles a schinnomnades dunnes Liederlias, che com' a fons na schi ordei feriene l'ecch. Mein Herz is schwer. Meine Gedanken sind bei den Frauen und Mädchen. Wie wird es heute werden? Warum darf ich ein so ganz, ganz anderes Leben führen als Sie? Wie könnte ich die Brücke finden, von mir zu Ihnen? Gian e Greti anfangen in una casa moderna con Corcine a cuera. Keo dati avun de platz per tut la famiglia, con furton Jun Afonso. Das ist das Schlafzimmer von zwei jüngeren Schwestern. Auf dieser Terrasse waren meine Eltern viel am Sonntag Nachmittag. Hier spielten wir nicht nur das Fünfte. Die ganze Nachbarschaft war auch hier. Wir hatten dort eine Gigampfe unten dran, unter dem Dach. Und vor allem kommt noch etwas, was ganz Besonderes war, das war die Planschbecken, die wir genossen haben den ganzen Sommer. Und hinter dem Haus hatte es einen riesigen Baum, den man konnte hochklettern. Das ist für mich eigentlich gar nicht so speziell gewesen, dass sie Pfarrerin war. Sie war ja nicht in der Stadtkirche, sondern sie war ein kantonaler Anstalter. Und das wusste für mich eigentlich nicht richtig, was sie dort macht. Dass sie einfach gar keine Frauen besuchen, das wusste ich. Und mit ihnen rede ich. Aber mehr habe ich, und bin eigentlich auch nicht von den anderen Kindern darauf angesprochen worden. Per Greti hat vier Temps in Dils Pliventi Reibels de Sia Vita. Elle lavoure con la Lubienche de la Regenza cantonale, comparte sier vocazion con sio Oum a turner la sere ter ses tschuna fonds a casa. Molaventira, kurzer Budic. Wir haben einen sehr schweren Winter hinter uns. Tut vien entzämmen. L'Employade abandone la casa, il bab de Greti mire, inna von rompe la combe, cels survenen il vidruschkel e mal costes. Meine Kräfte waren zu Ende. Ich hatte mein Amt versehen und zu Hause die Arbeit gemacht nur mit Marie, die erst um 8 Uhr kam und um 6 Uhr abends wieder ging. Sonntags war ich ganz allein und nachdem ich jeweils an zwei Orten gepredigt, kam ich nach Hause und kochte für sieben Personen. Die finale schauviere Greti, che lei pushpä in Speranza. Compreste correntons, sorvegne elle sio sisavala avon. Meu bab. Warum willst du, gott, mehr Kinder, als wir Menschen sie wollen? Elle prende eschkossegne. Die hauswool, qu'elle se dediqueschi aus der Kompleineme in aller Família. Dass ihr ohm alle ne djinn susteigne, elle teneer casa. Das war schon eine tief traurige Augenblick. Sie mussten auch, dass ich meine Arbeit in den kantonalen Anstalten aufgeben muss. Aber sie wusste, dass ich für die Familie bin. Zu Ende des Saisons abandonen la famiglia quere. Jeanne wolle tournare an ihnen bleif, ein Dampfler in der Platze, in der Kilchberg, in der Lage der Tourist. Greti sperre, dass sie ein Blittart bei Speissinschganchala. La famiglia vive in der Casa per Wende für die Beselge. Keu besente mehr Babs hier in Franza. In der Edukation muss sie ein Moment ein Bubes ein Bubes in der Madame. Z.B. habe ich gelernt, Lismen. Ich kann mich noch erinnern, ich musste Sockenmuesen mit Zöpfchenmustern. Das kann ich jetzt nicht mehr, aber ... Das war etwas, das man eigentlich noch gerne gemacht hat, weil es einem mit Stolz erfüllt hat, dass man das in Stand gebracht hat. Sie war eine relativ strenge Mutter, die ihre Prinzipien hatte. Und da hat man sich untergeordnet, ohne dass sie viel nicht sagen musste. Das hat man einfach gemacht. Ich merkte erst nach ihrem Tod nach Hause noch einmal, wie tief, fixe Vorstellungen hatte, wie man Kinder erzeugt, wie man sein soll. Und nur so und so ist richtig. Und wenn du nicht die Spur bist, dann würde Gott einmal über jede unnütze Minute dieser Rechenschaft fordern. Das hat es mir deutlich gesagt. Also alles, was in ihren Augen unnützig war, das durfte nicht sein. Und unnützig war alles kreativ. Greti realisierte sehr spät, dass sie ein Buch von Plevonessa in Kilchberg will. Der zweite Plevonelwitsch ist eine Luz. Er wollte, dass die Mondi sich nicht zu schalten. Die Pfarrer Schweingruber findet halt, die Frau soll für die Familie da sein und für den Mann. Und ich habe dann das schon gehört. Und ich habe dort das schon verrückt gefunden. Aber wer hat sich nicht getroht, etwas zu sagen? Und ich war halt ein Schumpel. Ich habe ja ganz jung geheiratet. Erst nachher habe ich gedacht, dass niemand in der ganzen Gemeinde etwas unternimmt, dass man das einfach so akzeptiert. Das ist jetzt so. Man kann nichts machen. Das gewöhnliche Fussvolk hat das so gedacht. Das ist halt so. Ich hätte nie gedacht, dass es für mich so schwer werden könnte, einem brennenden Feuer gleich nicht predigen zu dürfen. Der Vos les coulisses lavoure elle d'Anton et accepte la ville de Dieu. Ich habe immer mehr gesehen, wie sehr mein Geliebter meiner bedarf. Auch in der Arbeit, in der gemeinsamen Vorbereitung. Fast in jedem Gottesdienst, den er gehalten, waren wir beide da. Sei es in der Predigt, da er mich um meine Meinung gefragt, sei es, dass ich ein Gebet oder die Taufliturgie verfasst. Und das Merkwürdige geschah, war, dass ich darauf immer glücklicher wurde. Ich dachte, dass Gottes Wille uns so sehe. Gemeinsam in der Vorbereitung, aber unser gemeinsames Werk von Can nach aussen getragen. Genif 11 vive Greti a Kilchberg, schon mumme, a donna del Plevon. La grande virulte dati 1963. Finalment surve in Greti l'Ordination de la Beselge, a quai elle vilja ditschne de chunconte siat ons. Sehr geehrter Herr Pfarrer, mein Mann gab mir gestern freudestrahlend ihren Brief. Und ich muss gestehen, als ich ihn las, kamen mir die Tränen, dass ich das in meinen alten Tagen und als fünffache Grossmutter noch erleben darf. Elle venne ordinata il 6. November 1963 al Grossmünster a Turic. Toth las dodisch teologas han terminou lo studi avonons. Greti schizon avonpliche tres decennis. Ella eventi revla a loge d'essere ossa, uffizialment plevonessa, sebein senza schancella. Pauksventer venne quai javisch ad Empleus. Greti e Jan vanne vivere la val del Reyn posterior. Elles en responsables per las chunplevs d'entersplige a Val Reyn. A nevos el Grigion, en in la val Gualzrash cop Levonessa, en zemen con seu um, finalment aventa il siemi de Greti realitat. Soenter la pensiun, turnen Greti e Jan a Furna. A keu se siara il Rudi. Furna e Puspe senza plevon. A Greti e Jan sorprenden gli uffizi per dosons. ... 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